5, 4, 3, 2, 1 und tja, es kam nur zu einer oder anderen Lack, deswegen kommt das Video heute jetzt, früh noch und tja, ich würde sagen, gönn euch das Video und ich würde sagen, let's go, viel Spaß! 2 Spiele Peck, das gönnt eh nicht, die können wenigstens eventuell nochmal nennen das gönnt einen Diner, Fluss, und einen Future Star! Oh, ne kleiner Daniel, der ist geiler! 2 Spiele Peck, man! Back into Daniel Gun! Sagt, ich bin back, du bist back! 6, 2, 3, 4, 1 0 0 2 2 3 3 4 4 4 5 6 2 Was ist das denn hier? Ich dachte, was kommt jetzt passiert? Stör mal einfach, man kann das sein. Und da kommt einfach den Chili Chili Son. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nix mehr. Abfahrtrennen, die Olga. Alles oder nichts. Eigentlich kann nix mehr kommen, was ich heute schon alles gezogen hab. Italien, Erfurt, Sam Brotta. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, so sieht er so ein neues Team uns mit Chili Son im Sturm mit Kubo zusammen. Chili Son nur auf 8 Kiln. Lässt sich bisher nice zocken auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin auf das Team weiterhin gespannt. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall unser Endteam sein. Wir ziehen noch irgendwas. Und ja, wie gesagt, die anderen Aufgaben hab ich auch noch abgeschlossen. Dieses andere Aufgaben, also ich keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, mal gucken. Ich glaub, das werde ich auf Stream öffnen, wenn wir irgendwas Zielbeses auf jeden Fall als Video kommen. Und ja, wie gesagt, ich bin dann ab jetzt im Urlaub. Wie gesagt, ich wünsch euch viel Spaß. Wie gesagt, checkt die anderen Kanäle ab Ochsen. Black Bull TV. Auf jeden Fall absoluter Ehrenmann. Hat uns ja auch unterstützt vorher im Urlauber. Wie gesagt, checkt Adrian aus der Fenken das neu an. Und ja, wie gesagt, trotzdem hoffentlich hat euch das kleine Video gefallen. Und wir kommen jetzt zum Wendigen. Bis wieder. Yes, das war's von diesem Video. Werd's dann natürlich wieder gefallen. Gebt natürlich gerne ein Lünnchen da. Wenn das noch nicht getan, abonniert sehr gerne. Wie gesagt, wir können mal wieder Ultimate Teamstream machen, wenn ich Bock hab, wenn ich wieder aus dem Urlaub bin. Wie gesagt, Chaos Team werden wir auf jeden Fall auch weiterführen. Und ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video trotzdem gefallen. Wie gesagt, 15 Uhr kommt die Prognose der Champions League online. Und ja, bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.